ja ich weiß nicht aber ich glaube das ist nicht disneyland ja ich glaube wir uns verfahren lang am johnny verdammt immer diese blöden reiseführer die einfach eppeln wollen und damit leute herzlich willkommen damit herzlich willkommen leute zu dem spiel auf meinem kanal arg kennt ihr wahrscheinlich noch nicht das ist hier der julian wir haben uns gedacht was kann denn cool sein so ein spiel zu spielen wo man so seine hütte aufbauen kann und dinos them und geht von dem romay okay warum warum erdbeben hallo leute man kann die teile aufheben das sind nämlich jetzt obsidian hier fällt ja übelst viel zurück runter oder obsidian das kann man alles aufnehmen was zur hölle okay leute auf jeden fall arg ist ein spiel wo man dinos themen und dementsprechend auch eine hütte bauen kann und ich dachte mir so was wäre denn mal amüsanter als wenn jürgen ich mal so einfach probiere ich das aufgebaut und einfach richtig coole sachen und so ist cool die das system hast du hast du gefürzt nee ich habe nicht gefürzt hast du gefürzt jörn ich wollte einfach sagen guck mal da hinten gibt's zombies die greifen uns nicht an schwimm 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 oder wartet ich habe ja ich habe da kommt gar nicht mehr runter da bist du holz fliegt auch runter geht's okay alles mögliche holz kann man glaub irgendwie dingens oder im wasser rum da ist sie tun und wasser für ich auch noch nicht sterben sagt ich bin tot du bist bewusstlos und nein das geht auf mich ja totale profis aber du weißt was lang geht einfach den ringen aber ich bin immer noch bewusstlos vielleicht kannst du es überleben vielleicht auch nicht ich weiß nicht genau ob sie für auf oder so ich kann die glaub nicht aufhelfen ich kann ich ja ich kann ich glaube aus dem wasser ziehen wenn es geht aber da ist immer noch das kopieren der mich jagt der mich töten will warum kommt ja ist in ordnung kopieren ich 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 weiß es muss du bitte steine ablenken besteine ich probiere dich zu kriegen ich hoffe ich kann das hinkriegen ich will jetzt völlig leben drei zwei nein nein ich hab dich ich bin tot gleich jeden moment ich bin tot ich bin tot draußen nein nein ich will nicht vergiftet sein nein nein stop stop stehe bald steht man steht mal bekannt beim lake oder so wo bist du fertig legt 1 ich bin auch eingepennt da lass das fertig leg ans bonnen okay der team vertiler legt ich stehe auf aber da liegt noch eine leiche wer steht denn da auf jürgen bist du bei mir ich bin direkt unter dir hallo ich kann ein altersleben übertragen 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 ob sich rein einfach um ihr leben jetzt ist mir egal du kommst du nicht hoch skorpion du kommst hier nicht hoch top kommst du mir singt so ein lilanes teil gibt es so ein boost ding es ist ein dino und noch ein skorpion und der skorpion geht auf mir ist das hier kann man das nehmen und das ist aber jetzt von bitte ja okay wir bauen uns nicht deswegen ist nämlich wir sind die absoluten zurückkommen nicht ja das ist wirklich alles raus genommen was sehr schön ding durch mehr wenn wir irgendwie das machen wir mal was muss ich haben ich brauche einmal holz 10 stroh aber ich hab doch den stroh eigentlich oder du bist du jörn muss weitergehen das ist mir je er passt auf da hinten aber es ist ein riesen alle das kommt ja 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 das war ein baum kann sich auf den bäumen kann man sich baumhaus bauen also ich brauche noch holz und sterne müssen wir auf 6 erdbeeren warten nehmen wir müssen nicht auf erdbeeren du kannst das liegende steine irgendwo ich habe nämlich okay mir fehlt nur noch ein bisschen strom dann habe ich es eigentlich geschafft das kommt ich weiß gar nicht ich habe dienstag oder dass du mich geschlagen hast okay ich brauche mir jetzt zum ersten mal eine spitzhacke ich bin ja mal gespannt was ich jetzt so los kriege okay ich bin da ich bin der hausbauer kind du bist ein meiner okay jörn baut das haus ich baue die dingen sind aber ich glaube wir müssen zusammen guck mal das ist das aus dem trailer das ist richtig cute das hat so eine leuchte oh oh warte kurz mein dings äh mein inventar äh musik ich sehe so ein ding zähm das braucht man dumm das zu zähm kann man irgendwie äh oh es macht komische geräusche ich schlag's mal okay nein jörn nicht das ist cute okay warte ich baue noch stein ich habe stein gekriegt ich kraft ne ich kraft ne warte mal wups oh oh ich habe das ding an sich wieder umgelegt okay alter vater ich krieg jetzt richtig viel zeug hey tubs warte mal meine steuerung geht gerade nicht ganz ähm konsole mache ich genau äh warte mal kann ich jetzt hier den stein abbauen steiner anwenden kann ich jetzt wir haben bis jetzt bis jetzt noch nicht gestorben oder äh ne noch nicht ich kann mir auch eine spitze äh bauplan fackelwaffe endogramm was ich brauche ich brauche feuersteinen wo kriege ich feuersteinen ding am boden gleich gib mir feuersteinen für was brauchst du feuersteinen gib mir einfach feuersteinen oh nein das wollte ich nicht nein warum schlägst du das arme ding ich habe steuerung gedrückt steuerung ist links bei mir gleichzeitig gib feuersteinen wo ist feuersteinen gib feuersteinen warte 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 ja feuersteinen feuersteinen tubs hallo hallo warte mal ich muss die inventar rausziehen oder oh laul ist erfüllt oh yeah boy boah guck dir wie kann ich das jetzt craften rechtsgick für weitere optionen einmal herstellen ok tubs prontos prontos sind die leute als leute für die wird dies nicht wissen prontos und so ein langes hals dinosaurier viel so ich brauche jetzt wo ist jetzt mein teil was ist ok war da ja zum teil tubs du hast jetzt zum teil ok nein was ist das ist das ein leuchting oder wie ich weiß nicht kann ich hier holzacken mit dem das ist eine axtür und das ist eine äh das ist eine torsch das ist eine das ist eine facke julian achso kann ich das reparieren wie kann ich das reparieren warte mal da äh dann brauche ich noch bissl dings hier reparieren ist ein dodo hey dodo ja dodo es ist ein dinospiel ach stimmt man kann jetzt eine äh ah lol gott wir sind schon neun level aufgestiegen lol warte mal was mache ich denn bei mir hoch ich glaube ich mache ähhhh ich glaube ich mache gesundheit 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 ausdauer ich mache beides so im gleichen maße dass ich lange laufen kann ok jetzt habe ich punkte zum verfügbare punkte was ich alles bauen kann ach du kacke gibt es hier viele sachen ein speer eine axt ein lagerfeuer ok ich habe jetzt das speer oh lol äh wir haben hier so wir haben einen mod dass ihr euch nicht wundert wir haben einen mod gemacht was soll ich machen mehr sachen keine ahnung kannst sowas wie äh äh wie heißt ich komme jetzt nicht auf den namen äh hier hier äh kleidung und so weiter oder ich kann horse dings machen ja mach du mach die äh lern du alles was so hausmäßig ist aber ich glaube das ist eigentlich relativ egal weil wir ich ok dann mach du alles so hausmäßig ich mache so waffen und keine ahnung ne standfacke kann man machen ich kann kochtoff machen äh warte wo ist ein haus ne bona leute das ist sowas ding das schleudert man so und dann kann man die äh dinos ähm fangen und singen das ist cool ok äh wo crafte ich das jetzt äh was 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 denn genau was ist das also 78 du musst die ganzen sachen musst du freischalten du hast so punkte die kannst du dementsprechend verteilen ich glaube das hier sind so mods sachen aber die gucke ich mir später an ich versteh einfach gar nichts von dem spiel ok ähm wie hann machst du ähm looool du machst du machst du jetzt so die ganzen haussachen oder wie ja aber ich kann das gar nicht lernen warum nicht warum kann ich das lernen du musst doppelklick drauf machen was ist doppelklick du bist zum beispiel mit strohdach gelernt ja wo ist strohdach wo ist bis zu strohdach da war ich bei stoku 4 schon 4 dann mach ich hier äh also daher das mache ich das möchte ich alles strohwands ah ok ok strohdach nie der schlafsack ich lerne das alles okay ab hier ah ok man achso die mods die sind da glaubst du dazu da dass man äh besser bauen kann da habe ich nämlich auch so ein mod installiert das ganz cool ist holz kann ich machen wenn ich das lernen möchte narkosemittel das muss man nachstellen zünd mit dem mörser und stößel äh standfackel ne brauchen wir nicht mach jetzt mal so fundament jürgen damit wir erstmal sowas wie ein haus haben oder hab ich hab ich schon alles warte mal fundament wo ist fundament äh keine ahnung äh doch hab ich schon hab ich schon aber ich glaube pilzholz zählt als normales holz ne äh normales holz ja ja alter die pilzbäume sehen cool aus und ich möchte unbedingt mal nach ganz oben das ist das das ist mein ziel von dem projekt denn ich weiß noch nicht genau wie lange das projekt laufen wird aber jürgen und ich habe eigentlich richtig viel bock drauf das zu machen oh mein ich weiß nicht wie es mit dir aussieht jürgen aber ich bin sehr hyped drauf so zack und hier kommt auch noch ein bisschen davon das ich weiß nicht ihr könnt mal gerne schreiben kennt ihr euch mit arg aus kennt euch allgemein mit dinos aus oder das weiß ich nicht oder seid ihr irgendwie generell so fan von dinosauriern und was weiß ich ich guck zum beispiel hab übelst gerne ice age geguckt aber ich weiß nicht ob das vergleichwert ist äh mir fehlt nur noch mir fehlt nur noch so 6 stroh aber jetzt kann ich kann ich glaub besser holz hacken ich möchte mal gucken dass ich diese äh glühenden bäume abwacken und hier ist ein komisches vieh was ist das für ein vieh wie nennt man das ich kann jetzt eine steinachs äh eine steinschneude craften ok bist du freundlich der schiebt mich weg ok der schiebt mich weg äh ob ich leder habe äh 38 habe ich ich baue was wo bist du wo bist du tubs da siehst du mich doch oder auf der map ist du tubs auf der map es gibt ne map ok ja es gibt ne map glaube ich oder siehst du mich auf der karte ja ja seh ich ok gut weil ich hacke grad ein bisschen holz damit wir dementsprechend schon unser moment hin platzieren können ich weiß nicht genau wie es aussieht wo wollen wir denn unser haus bauen ich würde so sagen am wasser oder wo bist du ich seh nur ich im blauen ding das bin ich oh oh warte ich gehe hoch ich gehe hoch ich gehe hoch wieder da wo wir eben waren jetzt wieder dieses eine fies hast du immer noch so dass du selber ne ich glaube so ein riesen tino verfolgt mich glaube ich alle sehen so verdammt cute aus guckt euch einfach an das das hier erinnert mich irgendwie vom aussehen her wie an diese wie heißen die hunde äh komm mal ins wasser tubs vielleicht sehen wir uns oh oh der leuchtig ja mal mega cool bist du im wasserfall das ist ein riesen spinnetops äh meinst du vielleicht ein ding ich weiß ja nicht mehr wo du bist ich bin da eben wo wir steine abgebaut haben und holz Dino in der anderen Dino abbauen da wo wir holz gekackt haben du bist ja ewig wertig ja ich bin ja ich hab ja ewig stein gefahren da wo wir runter gefallen sind oh oh ich hab die bösen pilze gegessen du hast den bösen pilz gegessen jörn ich glaube es hat nichts gemacht okay ja ihr müsst nämlich wissen in dieser welt gibt es einen pilz der ist böse wenn du den nimmst dann bist du auf irgendeinen trip ähm jörn wo bist du ich such dich die ganze Zeit ah da vorne direkt bin ich äh da hinten sehe ich ein alpha vie ich glaube das ist so ein alpha also wir müssen uns unbedingt fern von alphatieren halten alphatiere falls ihr es nicht wisst das sind äh tiere die sind einfach abnormal stark und wenn man die töte kriegt übelst viel ep aber es ist auch übelst schwer die zu töten und da hinten ist wieder ein da hinten ist ein tobs da hinten ist ein tobs tobs oh leu ok hier jörn gimme leder 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 hier leder an die gator ah ha 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 so ähm sag mal das hier äh brauchst du noch holz oder stroh ja holz und stroh brauche ich ok hier hab ich ein bisschen gefahren ich hoffe das reicht für dich wenn du jetzt erstmal so ein fundament ich habe jetzt erstmal eine steinschleuder ok äh ok ich möchte oben ich möchte später auf warte mal das ist was ist das da hinten ist das das ding warte kurz äh ok mach mal ein fundament oder fundament jörn hat auch ein fundament in der nase nein ach mach mal ein mach mal ein mach mal ein mal eins aus ok äh ja einfach nur ein simples haus wir brauchen einfach nur ein haus wo wir unsere betten reinlegen können damit wir da drin schlafen können und stopp wir brauchen noch mehr holz wir brauchen noch mehr holz stopp wir brauchen mehr holz mehr wie viel holz brauchst du denn sehr viel da gehen wir nicht lang da hinten ist ein böses böses vier aber da hinten gibt es ein cooles erz was ich gerne wissen würde was es ist komm lass uns mal da hinten dürfen wir auch nicht lang gehen da ist auch geil oh oh ok übereisend übereisend gefahren leute hier aber ich kann schon ich kann schon ich kann schon so ein dings äh sind in wanden sowas platzieren also immerhin ja das ist doch mal nice aber du kannst schon mal hast du noch nicht den boden das ein fundament gemacht ja habe ich schon aber und eine wand ne ich habe es nicht platziert äh ich habe ein fundament und eine wand äh dann lass uns mal hier hinten hingehen und die sachen einfach alle abbauen hast du auch eine axt schon gemacht ja habe ich geklappt ok dann machen wir jetzt eine axt und dann äh hackt die ganzen anderen bäume denn leute man muss immer ein bisschen zusammenfarmen damit wir dementsprechend so warte mal ich habe doch riesen spinnenstags gesehen also pass bitte auf ich glaube das kann man noch nicht abbauen ich glaube da müssen wir besseres dings haben jetzt müssen wir einen spitzhacker haben zumindest äh warte ich stimmt ja man kann steine so rohfarmen nice nice es ist doch mal mega geil ah lol wirklich ich probier's ich glaub das wort ich hab ja auch atlas gespielt das ist sozusagen arg in äh pirat also als piratversion so bist du und ich bin hier am see lass uns hier bauen wir schau mal turbs ja wo was 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 denn du hast ne steinschlauch ja 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 ok damit kannst du dinos ausknocken wenn ich mich nicht täusche ja 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 lass uns mal hier hin bauen die plattform oder also nicht hier weiter im ähm das licht bauen wenn wir so hier waren so schön aus ey wirst du hier waren guckt euch mal diese landschaft an leute wieso wirst du hier wirst du hier bauen ja auch hier ich mach nen lagerfeuer äh ich sag wir sollten vielleicht doch ein bisschen größeres ausbauen ja aber das kann später hast du noch schlacht dass die säcke gemacht oh ist ne halbwand und ist ne ganze wand ich glaub das ne ganze wand oder das ist ne ganze wand ja ich glaub du musst die ein bisschen höher bauen man muss ein bisschen aufpassen ich glaub man kann ja auch ich glaub man kann im effekt hochstehen ja jetzt brauchen wir noch bissl stuff jetzt brauchen wir noch bissl stuff jetzt brauchen wir noch bissl stuff ja warte jörn ich hab jetzt ne dings hergestellt äh wo baue ich es hin ich baue es einfach mal äh hier so hin hier so am wasser damit das feuer auch nicht irgendwie einen Waldbrand verursachen kann oder so was denn warte mal wie kann ich so machen vorher anzünden hä ich hatte doch übelst viel fleisch ach das ist alles verrottet nein verdammt oh oh ok ähm ja leute man muss aufpassen man kann nämlich essen äh beides behalten ich beides doch mal bäume ab azulebeer da kann man glaub essen oder ja kann man essen doch richtig viel stroh und holz weil ich haben seltene pilz kriegt vom baum seltene pilz ok ich bin ja mal gespannt wie das später aussehen wird wenn wir da äh ok meine axt ist kaputt Skorpion oh wo 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 lauf direkt vor dir oh mein gott direkt hinter mir du hast deine schein schon Leute jetzt kannst du dich wehren ja das ist irgendwie das level level high hier sicher lauf 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 du musst schneller gucken dass du Abstand heizt warte kann ich irgendwie äh mir fehlt noch ein bisschen holz mir fehlt noch ein bisschen holz hast du noch ein bisschen holz jörn na da kannst du noch nicht die richtung wo ist er da vorne ist er 3 ich mach mir jetzt ein sperr jörn mir reicht jetzt so ich will das viel jetzt kaputt sperren hältst du es nur aus jetzt nur aus äh musst du die berl hacken wow ok 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 pass auf pass auf nein nein guck dass es dich targetet es ist richtig low es sollte richtig low sind so komm 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 ich hab jetzt auszusehen was gecraftet komm ich töte dich du flexi hast du es loll nice lol ist es dein stuff ich bin umgekippt alter soll ich dein stuff nehmen oder ne lass einfach dran ich bin einfach nur ausgenockt ok leute aber ich weiß ja nicht also mir macht es auf jeden fall spaß wenn es euch gefallen hat lasst mir auf jeden fall einen daumen nach oben da ich würde sagen dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder jo mei ja links in folge jo und bis dann ein dinosaurisches jo mei tschau tschau tschau